Einen wunderschönen Zeitgegrüßt zu einer neuen Folge Frustvlog, heute mal wieder wesentlich privater als sonst immer, da war ich ja doch in den letzten Wochen relativ viel politisch und sehr allgemein gehalten, was meine Meinung betrifft und heute soll es mal wieder privater gehen, ein bisschen Realtalk, ein bisschen auch, warum ich mich letzte Woche etwas zurückgezogen habe, warum ich dann irgendwann ab Mitte der Woche nicht mehr auf Kommentare reagiert habe, nicht weil ich sie euch nicht mag oder weil ich sie nicht lesen will, sondern einfach weil mich der Donnerstag ein bisschen gekillt hat im Endeffekt und das ist so ein bisschen, ja, Entschuldigung ist falsch ausgedrückt, aber es ist so ein bisschen auch eine Seite von mir, die man nicht jeden Tag sieht, die man auch nicht jeden Tag kennenlernt und aber was für ganz viele völlig normal ist, dass man auch mal seine Hänger hat, seine Tiefs hat und für die Jüngeren als kleine Aktion bzw. als kleine Moral der Geschichte, ja, es gibt Höhen und Tiefen in der Woche, das heißt, man hat mal, man läuft es gut, man läuft es einfach nicht so gut, egal in welchen Bereichen und es ist auch völlig in Ordnung, es einfach auch mal zuzugeben, zu sagen, dass es nicht läuft und da auch einfach mal drüber zu stehen und zu sagen, okay, komm, dann Butter bei die Fische, beim nächsten Mal läuft es wieder besser, so ist es im Leben nun mal auch so, egal wie alt man im Leben ist, entscheidend ist, dass man auch mal darüber reden kann und dass man auch zu seinen Emotionen stört, stört, ja, ist klar, steht und damit hängt es mit dem Thumbnail zu tun, damit werde ich heute in diesem Vlog die ganze Zeit quälen, das heißt, ich habe jetzt noch nicht den Schwenk rüber zu dem Woche, zu der Folge von letzter Woche, also zum Frostvlog, Fußvlog der KW13, da nochmal ganz liebe Grüße an alle, die kommentiert haben, die da sehr fleißig waren, ich weiß, das wirklich zu schätzen, ich habe nicht alle beantwortet, aber ich habe alle gelesen und da zumindest kurz darauf reagiert, da Herzchen vergeben und Daumen vergeben, das ist für mich immer wichtig, damit ihr auch wisst, ich habe sie wirklich gelesen, sozusagen als Lesebestätigung und dass ich sie auch weiß zu schätzen, von daher, vielen Dank dafür nochmal, wie gesagt, heute mache ich diesen Schwenk nicht, das werden wir dann in der nächsten Woche machen, wenn wir die KW15 produzieren, ich bin auch noch nicht so ganz wach in meinem Kopf, aber alles gut, heute geht es ein bisschen privater, ein bisschen auch die Thematik, warum die Überschrift, warum ausgerechnet dieses Thumbnail und glaubt mir, dieses Thumbnail hat mich mindestens 20 Minuten Lebenszeit gekostet, wenn nicht sogar noch mehr, um es zu erstellen, ich habe durchaus ein bisschen geflucht und ähnliches und trotzdem habe ich es hinbekommen und bin relativ glücklich damit und das Ganze hängt zum Emo-Schwamm, das ist der Titel dieser Folge und auch dieses Thumbnail und es geht in keinster Weise darum, irgendwelchen in Anführungsstrichen Emos oder Menschen, die sich als Emos bezeichnen, irgendwie auf die Füße treten zu wollen oder ähnliches, sondern mit Emo-Schwamm meine ich Emotionsschwamm, ja, denn das beschreibt mich, letzte Woche hat mich das relativ gut beschrieben, beziehungsweise diese Woche hat mich das relativ gut beschrieben und das erklärt auch, warum ich mich ab Donnerstag so ein bisschen zurückgezogen habe, das Wochenende ein bisschen ruhiger verbracht habe, trotz dessen, dass ich in relativ vielen und ganz vielen Streams mit dabei war, mit Ben zusammen, mit Gizmo zusammen, Mira war leider unterwegs und musste arbeiten und hatten trotzdem ein tolles Wochenende, eine tolle Veranstaltung wieder mit dabei, es hat auch wieder mega Spaß gemacht, dann nochmal vielen Dank an euch, aber nichtsdestotrotz gibt es eine kleine dunkle Geschichte, denn ich bin Donnerstag ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgeschmissen worden und das erzähle ich euch jetzt, warum das Ganze so ist. Zum einen ist es so, die Woche lieb bei mir recht hektisch ab, also das heißt Montag bis Mittwoch war viel, dass ich von einem Termin zum nächsten gejumpt bin und kaum Zeit hatte für mich, beziehungsweise für Newbie oder für Pausch, also mein Hund und dadurch ein bisschen auch was liegen geblieben ist, auch also in meinem Privatleben Dinge liegen geblieben sind und das merkt man dann immer, dass für mich da immer mehr der Schuh drückt, wenn man nicht mehr irgendwie mit seinem Partner abends mal 20 Minuten auf der Couch liegen kann und einfach mal kurz den Tag aus werden kann, sondern wenn man wirklich nur aneinander vorbei rennt und das ist etwas, was ich persönlich überhaupt nicht mag und das hat sich dann so über die ganze Woche so aufgestaut. Donnerstag kam noch dazu, dass ich frei hatte donnerstags und mit meinem Vater die ganze Zeit unterwegs war, denn der musste Voruntersuchungen machen, denn er wird jetzt die kommende Woche wird er operiert am Auge, aufgrund dessen, dass seine Augen in den letzten Monaten sehr schnell rapide schlechter geworden sind und aufgrund dessen kommt da eine neue Augenlinse rein, also sozusagen eine künstliche Augenlinse kommt rein und wer das nicht kennt, in der Biologie nicht aufgepasst hat, er hat das Auge hat eine Linse, die dafür sorgt, dass wir sehen können und diese wird mit irgendwann im Laufe der Jahre und aufgrund dessen, wie wir unsere Augen natürlich benutzen und anstrengen, wird die immer schlechter und bei meinem Vater ist das momentan halt so, dass die Augen immer schlechter geworden sind, vor allem in den letzten Monaten und aufgrund dessen wird die alte, die natürliche, die er von Geburt an hat, wie so die natürlichen Zähne, die wird rausgenommen und da kommt eine neue, kommt eine künstliche rein und das ist dann immer so eine Vorstellung, wenn du weißt, okay, da geht dir ein Arzt in deinem Auge rum und setzt da eine künstliche Linse rein und das ist alles so Zentimeter maximal, also es ist ein Fußballfeld von ein paar Zentimetern, wenn man sich das so vorstellt, wo man hantiert und das hat mich diese Woche ein bisschen eingeholt, ein bisschen auch emotional belastet, dass das natürlich ein Routine Eingriff ist, also die Medizin ist mittlerweile so weit, dass das bei dem Augenarzt tagtäglich gemacht wird und die sind da routiniert, die können das und alles ist gut und trotzdem ist diese Vorstellung dabei, diese Zuwidervorstellung, dass du da auch zwar betäubt worden bist, aber dass du das live verfolgen kannst, also ich muss das nicht durchstehen, aber mein Vater muss halt jetzt durch und das hat mich so an diesem Donnerstag schon ein bisschen eingeprägt, emotional, dass ich einfach ein bisschen empfindlich war, möchte ich es mal sagen und es war halt den ganzen Tag, wir waren den ganzen Tag von einer Untersuchung zur nächsten Untersuchung unterwegs und das war alles anstrengend, natürlich merkst du auch, dass mein Vater da irgendwo vor dieser Aktion auch natürlich Angst hat, und da sich selber Sorgen macht und ja, da auch selber nicht zur Belastung für andere werden möchte und auch nicht weiß, wie es danach ist und dies und jenes, das selber noch nie hatte und jo, er schafft das, er macht das, wie gesagt, diese Woche ist, also beziehungsweise die kommende Woche ist jetzt die OP und er macht das, wie gesagt, dann ist er glaube ich zwei Wochen krankgeschrieben, wenn das Ganze durch ist und dann wird das schon wieder, Newby und ich, wir werden ihn in der Zeit versorgen und gucken, dass er da auch nicht verhungert, weil wie gesagt, Autofahren ist da nicht groß, also es gar nicht, weil er sieht, wie gesagt, mit dem einen Auge nichts und das andere muss sich auch erst mal erholen, von daher, das war so diese Geschichte von Donnerstag, die dafür gesorgt hat, dass ich so grundangestaut war, grundempfindlich war und komme dann abends nach Hause bzw. nachmittags nach Hause, als erstes von uns beiden, also Newby war noch unterwegs, ich konnte schon nach Hause und sehe nur, wie Pauchen auf mich zukommt, also Hund auf mich zukommt, das zeige ich euch gleich noch mal wieder und ich sehe erst mal gefreut, hat mich zu sehen und alles und ja, im nächsten Moment sehe ich nur wie bei uns im Flur und wir haben einen sehr langen Flur, unser Flur ist fast 15 Meter lang, das ist das ganz coole in unserer großen Wohnung, dass ich gesehen habe auf unserem Teppich, dass da zweimal hingekotzt worden ist, also dass das Pauchen einfach sich übergeben musste, weil ich dachte, okay, gut ist jetzt nicht viel, ein bisschen Magensaft, ein bisschen Schaum, also das ist alles nur Magensäure, es ist okay und dann gehe ich in die Stube und sehe da die nächsten Häufchen auf dem Teppich, wo ich denke, alles klar, hättest du nicht bitte auf dem Laminat kotzen können, wäre einfacher, es wieder sauber zu machen, aber der Teppich ist immer ein bisschen schwieriger, aber okay, so ist es nun mal, also auf jeden Fall, da war dann größere Häufchen drin und da war auch das komplette Frühstück, was sie gegessen hatte, war mit drin, noch Gras, was sie frühes bei mir gefressen hatte und 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 und, wo du denkst, alles klar, danke, jetzt hat das Tier hier vier große Haufen hingesetzt, wo es hingekotzt hat, das Tier kann nichts dafür, habe ich sie natürlich auch nicht spüren lassen und sie kam dann schon mit mit eingezogenem Schwein, das Kopf gesenkt auf mich zu und sagte, tut mir leid, das wollte ich nicht in diesem, jenes und das weiß ich, dass das der Hund nicht will und bin dann erstmal spontan eine Hunderrunde gegangen, auch eine etwas längere Hunderrunde, um erstmal für mich runter zu kommen, um dem Hund erstmal die Chance zu geben, Gras zu fressen, um zu gucken, wie weit ist der Magen, wie es ihr überhaupt geht und währenddessen ich mit ihr gelaufen bin, gesehen habe, okay, der Kot ist erstmal in Ordnung, der Urin ist in Ordnung, weil darauf muss man immer achten, habe ich das hier entdeckt, das ist an der Seite, das ist sozusagen die Hüfte von Paulchen und ja, da ist eine riesige Beule, ich weiß, das ist ein bisschen schlecht beleuchtet, hat das Handy nicht ordentlich aufgenommen, auf jeden Fall hat sie, einige wissen das, dass ich letztes Jahr mal ein Video gemacht habe und nur mit Paulchen zusammen sozusagen ihren Fundament gesetzt habe und da habe ich schon mal gesagt, dass mein Hund an Hautkrebs erkrankt ist und zwar genauer gesagt an den Mastzelltumoren, die bei ihr an der Bauchdecke kleben, also wie gesagt, das rechte auf der rechten Seite, das ist die Hüfte, also ist das Geschirr auf der rechten Seite, auf der linken Seite ist die Hüfte von dem Bild so rum und das hängt halt genau dazwischen, direkt an der Haut dran und darunter sind halt mehrere Tumore, die immer wieder mal wachsen, mal wieder kleiner werden und dann sich wieder aufpumpen und an dem Tag war das Ding so massiv extrem gefüllt, dass es einfach innere Blutungen gab, das sieht man noch, die Hämatome nach draußen, dass Blutgerinnse geplatzt sind und es ihr einfach nicht gut ging, sie war sehr heiß, sie hatte Fieber und alles und die Ohren waren sehr rot, das ist bei ihr eigentlich immer ein Zeichen, dass es ihr nicht gut geht und das ist immer auch so ein Zeichen, was ist mit meinem Hund und mittlerweile wird sie acht Jahre alt und ja, ist schwer an Hautkrebs erkrankt, das habe ich letztes Jahr in einem Video schon mal erzählt und das ist dann immer mal so dieser Moment, wenn man sowas miterlebt, dass sie sich so stark übergeben muss, dass sie selber Fieber hat, dass sie sich selber unwohl fühlt, dass man merkt, dass auch der Hund irgendwann nicht mehr nicht mehr da sein wird und wie wichtig eigentlich ein Familienmitglied ist und unser Hund ist nun mal ein absolutes Familienmitglied und das ist mir sehr nah gegangen an diesem Tag, wo ich dann auch irgendwann nur noch an der Ecke saß, nachdem die Hunderunde zu Ende war, erstens völlig überfordert war und abends als ein Newbie kam, mich in den Arm nahm und dann erstmal alles sacken lassen, wo dann viel raus kam und dann abends noch in den Stream gegangen, das hat Mira ein bisschen mitgekriegt an dem Abend, als sie mit mir schrieb, dass ich dann sagte, ich brauche erstmal meine zehn Minuten, um mich wieder einzufangen, um mich emotional einzufangen, denn das war immer relativ viel und warum ist das so relativ viel? Naja, zum einen hänge ich sehr an meinem Hund, ja, das ist, ich habe sie seit vier Jahren lebt sie bei uns, zuvor war sie vier Jahre, wurde sie immer nur von einer Hand zur nächsten durchgereicht, vom angefangen von einem Züchter, der sie hätte nie züchten dürfen, weil in American Stafford, ihr wisst wie die Hundegesetze in Deutschland sind, die sind heute, die Zucht ist verboten und trotzdem gibt es sie und bei ihr ist es so, aufgrund dessen was sie ist, ist sie mehrfach verstoßen worden und durch viele Hände gereicht worden, bis sie irgendwann bei uns mal als Pflegehund gelandet ist und wir dann gesagt haben, okay, wir können dieses Tier nirgendwo mehr abgeben, sie ist so ein liebes Tier, so eine gute und haben uns vor vier Jahren dazu entschieden, wir behalten sie, wir bieten ihr ihr letztes Zuhause und mittlerweile haben wir diesen Punkt erreicht, dass dieses Tier länger bei uns lebt als komplette Einheit als je bei allen anderen und das ist für uns sehr viel wert und umso mehr ist es natürlich auch, dass man sie nicht verlieren möchte und diese Krebsgeschichten wie am Donnerstag zeigt halt, dass auch sie irgendwann mal ihre Tage gezählt sind und man sie irgendwann auch mal gehen lassen muss und das ist immer so, ich schiebe das gerne bei Seite, habe ich gesagt, man muss auch mal zu Emotionen stehen, das mache ich auch eben, wie gesagt, mir ging es an dem Tag dann nicht so gut, auch den Freitag hat es noch ein bisschen durchgezogen, aber das ist halt immer so dieser Punkt, wo alles auseinander schloppt und jeder, der irgendwie mal einen geliebten Menschen gesehen hat, wie es ihm gerade nicht so gut geht oder ähnliches oder sich selber mal unwohl fühlt, der kann sich vielleicht in diese Situation hineinversetzen, wie wichtig eine bestimmte Person ist oder ein bestimmtes Tier ist und sich daran festhält und wenn man dann merkt, okay, ich muss mich langfristig, vielleicht auch mittelfristig von dem Tier verabschieden, wie gesagt, Tauchen hatte mal vor zwei Jahren, als wir angefangen haben, medizinisch dagegen vorzugehen, gegen den Krebs, wurde ihr prophezeit, ja, sie hat nur noch Wochen zu leben, mittlerweile ist das anderthalb Jahre her und damals gab es die große Sorge, dass sie so drei Monate vor meiner Hochzeit, dass es hieß, ja, wir müssen sie einschläfern und wie gesagt, ich bin froh, dass sie so lange durchgehalten hat, aber trotzdem will ich eigentlich noch ganz viel Zeit mit ihr verbringen, aber das sind immer mal so Momente, wo es ihr so dreckig geht, wo man merkt, dass es auch mal ganz schnell zu Ende gehen kann, zumal auch das ist noch eine Privatgeschichte, ohne dafür Mitleid zu haben oder sonst noch was, gibt es noch eine kleine andere Geschichte, warum Paula mir so extrem wichtig ist, das Ding ist, Paula ist jetzt acht Jahre alt, lebt seit vier Jahren bei uns, ist an Hautkrebs erkrankt, also das ist diese Mastzellentuporen, kann man googeln, ist eine Art des Hautkrebses, ist ein Tumor, der in den Hautschichten drinne setzt und dann halt auch immer wieder wächst und auch mal größer wird, auch mal wieder kleiner wird und sie hat das halt mittlerweile an dieser Stelle sehr viel, da sind es halt mehrere Tumore in einem und an ein, zwei Stellen am Körper hat sie das halt noch, so stört sie das nicht, sonst ist es eigentlich relativ schlach, das zeige ich euch hier nochmal, so sieht es halt so aus, das ist ein Bild von heute früh, wo sie in ihrem Körbchen liegt und man sieht es da relativ klein, also man sieht wie groß dieses dieses Feld ist, aber der ist ganz flach und da ist jetzt ja, ja das ist Gewebe drin, also es ist keine Flüssigkeit, man kann es nicht absaugen, sondern es ist einfach Gewebe, was da gewachsen ist und manchmal schwillt dieses Extrem an, was halt am Donnerstag passiert ist und dann platzen da halt auch Gefäße und man hat immer die Sorge oder wir haben immer die Sorge, dass das Ding mal richtig aufreißt und sie dann verblutet und das wollen wir ja nicht und deswegen ist es uns immer so wichtig, warum, ja, wo man einfach auch mitleidet und warum es mich am meisten rausgehauen hat, ist eigentlich weniger diese Situation, dass das Pauschen da in dem Moment, dass mir gezeigt worden ist, dass das Tier irgendwann mal stirbt, im Grunde weiß ich das, ja, dass ich mich irgendwann mal von ihr verabschieden muss und vielleicht auch mal in paar Monaten Andererseits ist es so, hängt es damit zusammen, die Woche war sehr, sehr vollgepackt und wer mich direkter und privater kennt, weiß und das sage ich euch jetzt nach draußen hin und da versteht man mich manchmal in manchen Situationen vielleicht ein bisschen mehr, warum ich auch zum Thema Hautkrebsen sehr eine eigene Meinung habe, auch ein sehr empfindliches Thema ist für mich, ich habe vor acht Jahren meinen Bruder beerdigt, der auch unter anderem nicht durch einen Autounfall gestorben ist, wie immer die die erste blöde Reaktion ist, wenn man hört, warum ein junger Mensch so zeitig stirbt, sondern mein Bruder ist damals schon an Hautkrebs verstorben, was für uns als Familien eine sehr schwere Zeit gewesen ist und wenn man das durchleben muss, wie man in den geliebten Menschen, egal ob das ein Geschwister ist, ob das Elternteile sind oder ob das groß sein oder irgendwas ist, wer das schon mal durchgemacht hat, dass er einen Menschen verliert, an dem er sehr hängt, an dem er respektiert und alles und das einfach mal mitmachen muss, diesen Leidensweg vielleicht auch, der weiß, wie schwer das ist, aus so tief sich wieder rauszuarbeiten und der weiß vor allem, wie schwer das ist, Jahre später oder wie gemeint das Leben sein kann, Jahre später, wenn man nur ein Bild sieht oder wenn man nur einzelne Lieder hört und damit ganze Verbindungsemotionen wieder rausholt, aber bei mir ist es halt auch so, es gibt ein, zwei Lieder, die ich seitdem meide in meinem Leben und ab und zu kommen die natürlich mal wieder vor, im Radio laufen die einfach so, wo ich dann merke, okay, da hat es mich wieder erwischt und ansonsten kann ich mit diesem Schicksal sehr gut leben und Pauschne ist halt so, dieses Pendant dazu, wie gesagt, mein Bruder vor acht Jahren verstorben, den habe ich da beerdigt, das hat sehr viel in meinem Leben verändert, nicht alles zum Negativ, sondern im Gegenteil, sehr viel Positives ist danach entstanden, weil ich auch auf mich danach geachtet habe und auch vieles in meinem Leben nochmal geändert habe, also nicht mehr der Workaholic bin, wie ich es damals war, aber es fehlt halt jemanden und wenn du merkst, okay, was weiß ich, du wirst 30, du heiratest und dies und jenes und dir fehlt diese Person, die du unbedingt dabei haben hast, dann merkst du immer mehr, wie sehr das manchmal auch traurig macht und wie gesagt, Pauschne ist halt ein wunderschönes Pendant, weil sie genau diese acht Jahre halt mittlerweile schon am Leben ist und jetzt wiederholt sich so ein bisschen die Geschichte, dass das Tier auch unter Hautkrebs leidet und ich kann sie auch nicht retten, weil sie wird mir irgendwann mal, oder irgendwann werde ich meine Entscheidung treffen müssen, nicht alleine, sondern mit Newbie zusammen und dann, ja okay, dann kann man ihr zumindest dieses Schicksal abnehmen, dass sie sich nicht bis zum Ende quälen muss und ja, jetzt habe ich ein bisschen meinen Faden verloren, ich hoffe, das ist für euch okay, ich wollte euch nicht die Ohren voll sitzen, wie gesagt, ihr könnt da gerne ausschalten, wie gesagt, das ist so ein bisschen die Geschichte, warum ich so wenig mich auch in anderen Streams blicken lassen habe, ich komme sehr gerne und unwahrscheinlich gerne zu euch, aber manchmal ist es auch bei mir einfach nicht möglich, weil es mir einfach nicht ganz so gut geht und wie gesagt, letzte Woche Donnersberg war das so, dass ich mich einfach so einen Tiefpunkt erreicht hatte abends und das dauert bei mir immer eine Kleinigkeit, bis ich diesen Tiefpunkt wieder überwunden habe, mittlerweile geht es mir wieder super, ich habe auch mit Paulchen, wir haben mit Paulchen ein schönes Wochenende gehabt, wir haben die Zeit viel genutzt, das schöne Frühlingswetter genutzt und das ist Paulchen, wie gesagt, ihr geht es mittlerweile wieder gut, wie gesagt, den Tumor, den wird sie ihr Leben lang behalten, daran wird sie am Ende auch sterben, wenn sie nicht an Altersschwäche sterben würde, das glaube ich nicht, wie gesagt, und mittlerweile geht es ihr wieder gut oder ihren Umständen entsprechend gut und das ist übrigens ein Foto von der Hunderunde, da waren wir bei Freunden da noch, wo wir absteigen konnten und da hat sie natürlich prompt erstmal die Sonne genossen und wie gesagt, hat gerade sieben Kilometer laufen hinter sich und das macht sie halt auch super alles mit und von daher seid man da nicht böse, wenn ich euch heute ein bisschen privat zugequatscht habe, ein bisschen aus meinem Kapitel Leben was erzählt habe, ein bisschen auch was Trauriges erzählt habe, wie gesagt, auch bei mir ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, auch ich habe ein paar Schicksalsschläge im Leben schon hinter mir und da sage ich an der Stelle, es ist nicht schlimm Emotionen zu zeigen, das ist die Moral eigentlich dieser heutigen Folge, sondern man muss Dinge auch mal rauslassen und man muss auch mal darüber reden, das ist ja nun mal der Kernpunkt oder die Kernidee des Frustvlogs, einfach auch um über Emotionen zu reden, auch sie rauszulassen, natürlich in erster Linie auch über die Frustmomente, aber auch über traurige Momente darf man reden, genauso wie über schöne Momente und deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wir haben 20 Minuten erreicht, ich sage tschüss, beim nächsten Mal gibt es auch wieder Musik und an der Stelle sage ich, ich bin raus, mache noch ein klein wenig Musik rein, nicht ganz so nach euch und ich freue mich auf den nächsten Frustvlog mit euch, bis dahin, macht es gut! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017